Dagi Bee wollte eigentlich nur stolz ein Foto ihrer Schwester Leni Marie posten. Doch das löste eine große Hate-Welle aus. Leni, die im Dagi Shop nun auch ihren eigenen Merch verkauft, scheint bei Duggies Fans nicht so beliebt zu sein. Die meisten User haten Lena fies und verstehen nicht, warum sie jetzt Merch rausbringt. Auch als arrogant und eingebildet wurde sie beschimpft. Unter Duggies Foto sah man fast nur noch negative Kommentare, von denen jeder viele Likes hatte. Dagi reagierte inzwischen und löschte die Negativ-Kommentare. Nun sieht man nur noch Zeilen, die Lena zur Kollektion beglückwünschen. Gewusst? Kürzlich bekam Dagi Bee Ärger mit Fans, weil sie das in einer Instagram-Story sagte. Was? Das erfährst du im Link in der Infobox. Für mehr spannende News zu Dagi & Co. abonnier unseren YouTube-Kanal.